Hallo und Willkommen. Ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Und zwar mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo Frau Kempfert. Hallo Herr Schödel. Frau Kempfert, wir reden heute über den deutschen Atomausstieg. Es gibt eine aktuelle Umfrage vom Vergleichsportal Verivox. Danach halten knapp 52 Prozent der Deutschen den Atomausstieg rückblickend für einen Fehler, also eine Mehrheit. Hat Sie diese Zahl überrascht oder ist das auch das, was Sie im Umfeld oder in Diskussionen wahrnehmen? Na, mich hat die Zahl schon überrascht, weil das in der Vergangenheit ja ganz anders war. Also wir haben ja eine ganz lange Historie in Deutschland von Atomgegnern. Sonst hätten wir ja auch den Atomausstieg nicht so gestaltet, wie er jetzt gestaltet wurde. Und aktuell, das beobachte ich aber schon seit einigen Jahren, gibt es eben sehr positive, sehr wohlwollende Artikel auch über Atomenergie. Die Jugendlichen werden da bescheuert mit TikTok-Videos und sowas alles. Das habe ich mitbekommen, wo dann Atomenergie glorifiziert wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das. Und auch der Hintergrund, dass wir in einer Energiekrise sind und gesagt wurde, wir brauchen eben Atomkraft, um jetzt durch die Krise zu kommen. Das sind, glaube ich, so ein bisschen die Hintergründe. Das erkläre ich mir zumindest so. Aber ich fand es jetzt auch erstaunlich hoch, muss ich sagen. Die letzten drei Atomkraftwerke sind vor einem Jahr am 15. April vom Netz gegangen. Und wir ziehen heute Bilanz. Ist der Strom knapp geworden? Laufen jetzt mehr Kohle- und Gaskraftwerke? Wie viel Atomstrom importieren wir aus Frankreich? Und was ist mit den Strompreisen? Diese Fragen wollen wir alle beantworten. Dabei schauen wir auch auf die Argumente von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die den Atomausstieg kritisch sehen. Dann schauen wir nach Oranienburg bei Berlin, wo es tatsächlich Engpässe im Stromnetz gibt, weil die Stadt schnell wächst und Einwohner viele Wärmepumpen einbauen. Ist das ein Einzelfall oder müssen wir jetzt öfter mit solchen Meldungen rechnen? Ein weiteres Thema ist das neue Klimaschutzgesetz. Die Ampelparteien haben sich auf eine Reform geeinigt. Für Verkehrsminister Volker Wissing die Rettung. Er muss keine Sofortmaßnahmen erlassen, um CO2 einzusparen. Die Fahrverbote sind vom Tisch. Für Deutschland könnte das Nichthandeln des Ministers aber teuer werden. Wir erklären warum. Und wir schauen uns an, was das neue Solarpaket, auf das sich die Ampel ebenfalls geeinigt hat, für die deutsche Solarbranche bedeutet. Viele spannende Themen. Bevor wir loslegen noch der Hinweis. Diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Frau Kemfert, sprechen wir als erstes über den Atomausstieg. Die Meinungen bei den Menschen gehen weit auseinander. Wenn man sich auf der Straße umhört und die Leute fragt, war der Atomausstieg richtig oder falsch, dann fallen die Antworten doch sehr unterschiedlich aus. Da bekommt man diese Antworten hier. Ich finde es persönlich falsch. Ich glaube, es wäre momentan die beste Möglichkeit gewesen, um halt für das Klima etwas zu tun, auch wenn sich natürlich dadurch mehr Atommüll angehäuft hätte. Für mich war es immer sehr bedrohlich. Also ich habe immer Schiss gehabt, dass so ein Ding mal explodiert oder was auch immer. Ich finde es verrückt, dass die abgeschaltet worden sind. Im Angesicht, dass so eine Riesenkrise und so eine schlimme Sache passieren könnte, wie in Tschernobyl oder sowas, würde ich sagen, warum dieses Risiko eingehen. Man hört das auch in dieser Umfrage. Ja, ein Teil der Bevölkerung ist froh, dass die Kernkraftwerke abgeschaltet wurden. Der andere Teil hält den Ausstieg immer noch für einen Fehler. Vielleicht, weil er bei TikTok beschallt wurde, wie Sie sagen. Wir schauen uns jetzt an, ob die Bedenken berechtigt sind. Im letzten Jahr, am 15. April, sind die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet worden. Und da gibt es jetzt eine Studie, die untersucht hat, welche Auswirkungen der Atomausstieg hatte. Das heißt, da wurde ja so eine Art Jahresbilanz durchgeführt. Die Studie heißt Ein Jahr Atomausstieg in Deutschland. Auftraggeber waren die Umweltschutzorganisation Greenpeace und der Energieversorger Green Planet Energy. Und wir gehen jetzt am besten mal die einzelnen Punkte durch. Für mich am auffälligsten an der Studie war, Deutschland musste seit dem Atomausstieg mehr Strom importieren als exportieren. Frau Kempfert, ist Deutschland nicht mehr in der Lage, seinen Strom selbst herzustellen? Doch, ist in der Lage, Strom selbst herzustellen und kann sich auch jederzeit durch eigene Stromversorgung versorgen, Stromherstellung versorgen. Das ist gar kein Problem. Diese Studie, die zeigt ja mehrere Sachen. Sie haben es eben schon angesprochen, von Ennevis wurde es erstellt, die sich nochmal angeschaut haben, was ist da passiert jetzt nach dem Jahr, als die restlichen drei Atomkraftwerke vom Netz gegangen sind. Und eben festgestellt, es ist gar kein Problem gewesen. Es deckt sich auch mit der Studie, die wir vor einem Jahr und davor erstellt haben, wo einfach gesehen wird, es wird ausreichend Strom produziert. Die Atomkraftwerke haben, bevor sie abgeschaltet wurden, etwa noch knapp 30 Terawattstunden Strom produziert und das wurde kompensiert in erster Linie durch erneuerbare Energien und auch durch Stromhandel. Was Sie gerade ansprechen, ist, dass wir in Europa leben und vom Stromhandel auch leben. Das heißt, der Stromhandel findet statt und wir importieren und exportieren. Und dass wir jetzt vor dem Hintergrund gerade im letzten Jahr wieder mehr importiert haben, hat einfach schlicht und weise etwas damit zu tun, dass wir einen existierenden und funktionierenden Stromhandel haben. Wenn der Strompreis niedrig ist, wird billiger Atomstrom importiert, zum Beispiel aus Frankreich. Aber der größte Teil der Importe kommt aus erneuerbaren Energien. Das zeigt die Studie ja auch. Und wir haben deswegen mehr importiert, weil es schlichtweg billiger war und unsere Kohlekraftwerke im Vergleich dazu dann relativ teuer sind. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja auch hohe fossile Energiepreise haben und CO2-Preise. Und das ist letztendlich das Resultat, wenn wir auch in die Geschichte ein bisschen gucken, in den Stromhandel. Auch vor Corona war es so, dass wir gerade auch in den Zeiten, wo der Strom billig war, immer auch importiert haben und dann aber auch sehr viel exportiert haben. Im Jahr davor, vor der Atomausstieg begann oder stattfand, war es ja so, dass wir mehr Strom exportiert haben, insbesondere nach Frankreich. Dort waren viele Atomkraftwerke vom Netz, die dann eben nicht produziert haben, wir ausgeholfen haben. Das haben wir hier schon mal erläutert in einer Folge. Und durch unseren erneuerbaren Energienstrom, der eben dann billiger ist, genau wie auch der skandinavische, den wir da importieren, das haben die Franzosen benötigt. Und deswegen waren wir da Nettostrom-Exporteur. Und jetzt haben wir etwas mehr importiert. Aber die gute Nachricht ist, wir haben ausreichend Kraftwerkskapazitäten. Wir haben sogar jede Menge Überkapazitäten. Wir können uns selbst am Markt mit Strom versorgen. Jeder, der mal Lust hat, der kann einfach mal ins Internet schauen, Bundesnetzagentur, Kraftwerksliste eingeben. Da sieht er die ganzen Kapazitäten, die wir installiert haben. 240 Gigawatt installierte Leistung, davon jede Menge erneuerbare Energien. Also 240 Gigawatt installierte Leistung. Maximale Nachfrage ist etwa 80 Gigawatt bei Spitzenlast. Meistens deutlich darunter. Wir haben 10 Gigawatt Reserven. Und das reicht immer vorne und hinten aus, dass wir auch selber uns mit Strom versorgen. Und wir haben ja eben auch noch Kohlekraftwerke. Und darum geht es ja jetzt auch in der Energiewende, dass wir mehr erneuerbare Energien ausbauen, auch da Tempo reinbekommen, Kohlekraftwerke mehr und mehr vom Netz nehmen. Das sehen wir jetzt marktgetrieben. Das werden wir aber auch im Zuge der Energiewende sowieso machen wollen. Und deswegen ist das ein ganz normaler Prozess, den wir hier sehen. Und der Atomausstieg hat nicht zu Stromengpässen geführt und auch nicht die Strompreise ansteigen lassen. Es sind auch keine Blackouts passiert, wie manche ja geungt haben. All das ist ja nicht aufgetreten. Also insofern ging das im Rauschen des europäischen Strommarktes unter. Das heißt also, wir haben mehr Strom importiert, einfach weil er günstig ist. Und im Notfall hätte Deutschland jederzeit Gaskraftwerke hochfahren können. Dieser Strom wäre dann aber eben teurer gewesen als der importierte Strom. Das klingt für mich alles total plausibel und nachvollziehbar. Eine Sache scheint sich aber zu bestätigen, die ich in Diskussionen immer wieder höre. Wir Deutschen schalten unsere sicheren deutschen Atomkraftwerke ab und importieren jetzt Atomstrom von französischen AKWs, die wir eben nicht unter Kontrolle haben. 25 Prozent des importierten Stroms stammt von Atomkraftwerken, kann man in der Studie nachlesen. Ist das von uns Deutschen nicht doch auch ein bisschen geheuchelt, weil wir ja weiter fleißig Atomstrom nutzen, nur halt eben den französischen? Nein, ich finde es nicht geheuchelt, dass es normaler Marktprozess, der da stattfindet. Jetzt sind die Franzosen mal einmal wieder in der Lage, ihre Kraftwerke hochzufahren. Das wird im Zuge des Klimawandels nicht mehr so leicht sein. Die hatten ja in der Vergangenheit schon erhebliche Probleme mit ihren Atomkraftwerken und wir mussten da aushelfen mit erneuerbaren Energien. Dass es ein normaler Marktprozess, der da stattfindet, dass wir jetzt 25 Prozent importiert haben, ist natürlich etwas, was jetzt die Atomfans sofort sagen, da machen wir uns abhängig, das geht so nicht, aber das ist ein normaler Marktprozess. Wir haben Stromleitungen nach Frankreich und da können wir nicht irgendeine Grenze da aufbauen und sagen, jetzt hört mal auf, Stromhandel zu betreiben, weil wir wollen euren französischen Atomstrom nicht, das machen wir nicht, sondern wir wollen ja auch Handel betreiben. Die Franzosen werden in der Zukunft aber mehr Probleme haben. Wir machen uns nicht abhängig von Frankreich, sondern wir können, ich habe es eben schon gesagt, ausreichend Strom produzieren. Wir haben einen Haufen Kraftwerkskapazitäten, das werden auch noch mehr werden. Und wir werden auch die Energiewende umsetzen, wenn wir dann auch noch mehr Wind- und Solarenergie ausbauen, mehr Flexibilitäten haben, mehr Energielastmanagement, all diese Dinge gehören dazu, Digitalisierung. Dann werden wir sowieso auch in der Zukunft mehr wieder Strom exportieren, weil der dann billiger ist. Und die Franzosen werden den abnehmen. Das haben wir jetzt ja mehrere Jahre gesehen, dass das so war. Also insofern ist das aus meiner Sicht überhaupt nicht heuchlerisch. Das ist einfach der Markt. Wir sehen ja, dass über 50 Prozent des Stroms, die wir importieren, aus erneuerbaren Energien kommen, weil die eben unschlagbar billig sind, gerade aus skandinavischen Ländern. Und jedes Land hat da seinen eigenen Strommix. Und wir sind da mittendrin und importieren und exportieren. Wichtig ist, dass wir auf uns schauen und da die Energiewende umsetzen, uns da nicht abkoppeln von anderen Ländern, sondern unsere Hausaufgaben machen, unsere eigene Stromerzeugung umstellen, hin zu mehr erneuerbaren Energien. Dann werden wir in der Zukunft wahnsinnig viele Phasen haben, wo sehr viel Überschussstrom da ist. Darüber müssen wir auch sprechen. Speichern wir den, exportieren wir den, müssen wir dann noch mehr Leitungen ausbauen, auch ins europäische Ausland. Das sind ja Dinge, die jetzt anstehen und wo wir auch uns Gedanken darüber machen müssen. Aber niemand muss den Eindruck haben, wir sind jetzt abhängig von französischen Kernkraftwerken. Umgekehrt wird es sein in der Zukunft, weil die französischen Kernkraftwerke jede Menge Probleme haben werden in der Zukunft. Frau Kemfert, wir haben jetzt festgestellt, die Versorgungssicherheit in Deutschland ist gewährleistet. Aber es wird jetzt nicht wenige geben, die zuhören, die sagen, naja, dann schaut mal nach Oranienburg. Da wird der Strom knapp. Die Stadt in Brandenburg ist gerade in den Schlagzeilen, weil vorerst keine neuen Häuser mehr an das Stromnetz angeschlossen werden. Genauso wie neue Gewerbegebiete und Industriegebiete. Neuanmeldungen werden nicht genehmigt. Jeder, der dort ein Haus baut, der wird sich bedanken. Auf der Internetseite der Stadt wird der Geschäftsführer der Stadtwerke zitiert mit den Worten, die Versorgungsmöglichkeiten in der Stadt Oranienburg sind ausgeschöpft. Frau Kemfert, wie passt diese Meldung zu unserer Studie, dass die Versorgungssicherheit beim Strom gewährleistet ist? Ja, also erstmal ist in Oranienburg etwas passiert, was jetzt nichts mit dem Stromangebot zu tun hat. Es gibt ausreichend Strom. Das ist tatsächlich ein Missverständnis. Was ich auch gelesen habe, was sehr missverständlich formuliert worden ist, es liegt ja nicht am Stromangebot, sondern es liegt bei Oranienburg daran, eine Gemeinde da mit knapp 50.000 Einwohnern oder Stadt mit knapp 50.000 Einwohnern, die ihre Netze nicht ausreichend ertüchtigt haben. Und die Stadtwerke sagen ja, bis auf Weiteres kann kein neuer Anschluss ans Stromnetz angeboten werden, wenn man jetzt eine Wärmepumpe anschließen will, insbesondere bei Wärmepumpen. Offensichtlich bei PV-Anlagen und Wallboxen ist das nicht der Fall. Zumindest bekommt man da keine ablehnenden Bescheid. Das ist insbesondere bei Wärmepumpen der Fall, weil dort eben sehr viele Menschen jetzt offensichtlich hingezogen sind. Speckgürtel von Berlin und alle wollen eine Wärmepumpe. Machen sie auch richtig, aber das Netz, offensichtlich hat Oranienburg falsch geplant. Und das vermutet eben auch die Bundesnetzagentur, dass da Planungsfehler passiert sind, dass eben tatsächlich ein Problem mit dem Netz vorherrscht. Da sind die Stadtwerke verpflichtet, die Netze zu ertüchtigen. Dazu sind sie verpflichtet, auch gesetzlich verpflichtet. Das heißt, sie haben einfach offensichtlich es unterschätzt, wie viele Leute da kommen. Sie haben Baugebiete ausgewiesen, ohne sich mit der Netzversorgung abzusprechen, aus meiner Sicht, wo dann eben nicht geplant wurde in dem Umfang. Das müssen aber alle Gemeinden, alle Kommunen tun, die jetzt Baugebiete ausweisen, dass da ausreichend Netzanschlüsse sind für Wärmepumpen. Und das machen jetzt ja auch viele. Wir haben ja jetzt schon öfters über die Wärmewende gesprochen, auch über die dezentralen Netze. Und ich bin endlich froh, dass wir endlich mal über dezentrale Netze reden. Ich rede mir den Mund vorsichtig seit über zehn Jahren, dass wir darüber sprechen müssen, weil wir immer über Hochspannungsleitungen reden, wo ich immer schon gesagt habe, liebe Leute, das Problem wird auf der Verteilnetzebene sein. Und genau so sehen wir es da. Jetzt ist es ein Einzelfall, muss man an der Stelle sagen. Der Netzausbau muss vor Ort mitgeplant werden, wenn da Wohnviertel- und Gewerbegebiete ausgewiesen werden. Strom ist ausreichend vorhanden. Aber die Stadtwerke und auch die Netzbetreiber müssen sicherstellen, dass der Strom auch dort ankommt, wo er benötigt wird, gerade wenn man eine Wärmepumpe installiert. Also insofern ist das eine Nachricht, die schon auch besorgniserregend ist. Aber ein Problem der Stadtwerke ist, die müssen das lösen. Die Netzagentur ist schon involviert und wird da auch entsprechend reagieren. Es gab ja schon mal einen Fall, auch Vonovia war das, glaube ich, im vorigen Jahr, das war Dortmund, wenn ich mich richtig erinnere, wo auch so ein größeres Wohnungsunternehmen ein Problem hatte. Die wollten auf einen Schlag irgendwie sehr viele Wärmepumpen in einer Siedlung installieren und dann kam die Kapazität des Stromnetzes nicht hinterher. Das kann immer mal wieder passieren. Aber wie gesagt, die Verteilnetzbetreiber sind hier gefordert. Da sind erhebliche Investitionen notwendig. Auch darüber sprechen wir schon in unseren Studien wirklich sehr, sehr lange, wo wir immer dafür werben, guckt dahin, es muss investiert werden. Wir brauchen entsprechende Netzertüchtigungen. Und dann kommen natürlich jetzt so beliebte Schlagzeilen, wo man dann sagt, die Stromnetze sind überlastet wegen Ökoboom. Aber das ist nicht die Antwort auf die Problemlage. Wir haben hier einen Einzelfall. Und gestern hat ja auch im Bundeswirtschaftsministerium, oder die haben getagt, da gab es so einen Netzanschlussgipfel, wo die sich da ausgetauscht haben mit den Verteilnetzbetreibern, die dann auch entsprechend so in dem Branchendialog deutlich gemacht haben, dass sie eine Beschleunigung von Netzanschlüssen brauchen. Der Bundesverband Erneuerbare Energien hatte auch schon so ein Papier vorgelegt, ich glaube vor zwei Wochen, wo sie das auch angemahnt haben, dass da mehr passieren muss, dass diese Netzknotenpunkte ausgebaut werden müssen, dass Transparenz über die Netzkapazitäten geschaffen werden muss, auch für den Netzanschluss. Und da sitzt man im Moment dran. Und da gibt es jetzt auch diese Fokusagenda, die das Wirtschaftsministerium da angesprochen oder angeschoben hat und dann auch laut Energiewirtschaftsgesetz ja umsetzen muss. Das heißt, wir haben hier einen Netzanschlussprozess, der jetzt eingeleitet wird, endlich 2024. Endlich kommen die Verteilnetze in Fahrt. Und das ist auch genau das, was wir brauchen. Und da muss man jetzt keine Riesensorge haben. Das ist gesetzlich gesichert, dass das alles passieren muss und auch richtig passieren muss. Nur um das nochmal nachzuvollziehen, was dort passiert ist. Also die Stadt ist zu schnell gewachsen. Außerdem wurden zu viele Wärmepumpen angeschlossen. Und die Kapazitäten des Umspannwerks, die haben für Oranienburg nicht mehr ausgereicht. Also wenn man sich das Stromnetz als Straßennetz vorstellt, dann sind die Umspannwerke sowas wie Straßenkreuzungen. Und bis Ende 2026 soll in Oranienburg jetzt ein neues Umspannwerk in Betrieb genommen werden. Aber bis dahin hat man eben diese Probleme, dass der Strom nicht zu den Leuten kommt, weil das Umspannwerk das alte nicht ausreicht. Ja, das hätte man vorher wissen müssen, das muss man deutlich sagen. Also das ist das Daily-Business von Verteilnetzbetreibern. Das ist deren Job. Und wenn man da weiß, da ist jetzt ein Wohngebiet, gerade in der Nähe von Berlin oder Oranienburg ist nun wirklich nicht ein Geheimnis, dass dort viele wohnen wollen, dann muss man sich da vorbereiten. Und das tun auch viele Kommunen. Da darf man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist wirklich ein Einzelfall. Und dass man da auf die Idee kommt, oh, jetzt müssen wir hier noch ein Umspannwerk installieren, weil wir zu viele Baugebiete ausgewiesen haben. Aber die Stadt ja jetzt auch Eigenkapital, ich glaube, über 13 Millionen zur Verfügung stellt. Das geht ja in die richtige Richtung. Das heißt, man hat das Problem erkannt und geht auch vorwärts. Sie haben ja trotzdem gerade gesagt, dass die Politik ziemlich lange gebraucht hat, um das alles in Gang zu bringen, auch diese gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Zeigt der Fall in Oranienburg nicht doch die Schwachstellen der Energiewende, dass die Stromnetze in Deutschland noch gar nicht für die vielen Wärmepumpen und Elektroautos bereit sind? Werden wir das in Zukunft nicht doch vielleicht öfter erleben, dass auch eine andere Kommune, sage ich mal, nicht genug plant und mit der Energiewende überfordert ist? Na, also ehrlich gesagt, das ist im Energiewirtschaftsgesetz deutlich geregelt. Ich habe eben schon gesagt, das ist ja deren Job, der Verteilnetzbetreiber. Die muss man da mal auch ihren Job machen lassen und die wissen auch, was da auf sie zukommt. Und sie wissen auch, dass da entsprechend investiert werden muss. Und das passiert auch in vielen, vielen Kommunen. Und dass man da jetzt absehen muss, welche Mengen an Strom genutzt werden müssen, gerade weil ja die dezentrale Energiewende immer mehr vorwärts geht. Das wissen wir alles seit über 15 Jahren. Und deswegen sage ich so deutlich, dass ich auch wirklich mit dem Mund fusselig geredet habe und eindringlich gewarnt habe, immer die ganze Zeit, dass wir da mehr machen müssen in Richtung Netzanschlussprozess. Und das ist kein neues Thema, dass wir jetzt 2024 hier sitzen und den Eindruck haben, die Netze kommen da nicht hinterher und es wäre gesetzlich nicht geregelt. Und die Leute hätten jetzt Sorge, dass da jetzt keine Anschlüsse kommen. Das darf nicht passieren. Das soll auch nicht passieren. Und das ist eigentlich auch schon lange auf der Agenda. Jetzt offensichtlich wird das angestupst und offensichtlich sind jetzt auch hoffentlich endlich alle wach und gehen diesen Prozess, weil den brauchen wir. Und die Energiewende bedeutet ja eine dezentrale Energiewende mit mehr Solarenergie auf den Dächern, Wollboxen und auch entsprechende Batteriespeicher beispielsweise, aber eben auch Wärmepumpen. Und das sind ja genau die Lösungen, die jetzt überall umgesetzt werden. Und die Netze müssen da ertüchtigt werden. Kein neues Thema ist ein Job für die Verteilnetzbetreiber und sollte auch überall in Deutschland möglich sein. Dann kommen wir zurück zum Atomausstieg und zu unserer Studie. Und lassen Sie uns noch auf zwei andere Punkte schauen, nämlich auf die CO2-Emissionen und auf die Strompreise. Also Kritiker haben immer befürchtet, sobald die Atomkraftwerke abgeschaltet sind, werden die Kohlekraftwerke und die Gaskraftwerke angeschmissen, was natürlich heißt, ja, mehr CO2-Emissionen. Wie haben sich die CO2-Emissionen in den letzten zwölf Monaten entwickelt? Und was lässt sich über die Entwicklung der Strompreise sagen? Ja, also bei den CO2-Emissionen ist es ja so, da hat ja der Expertenrat für Klimafragen gestern seine Studie vorgelegt, also wo er immer dann auch so einen Monitoringbericht macht, wie sind die CO2-Emissionen, wie haben sie sich entwickelt? Und das sieht ja im Moment ganz gut aus. Sie sind ja deutlich gesunken und auch nach dem Atomausstieg. Das kann man ja so konstatieren, dass jetzt auch nach Atomausstieg die Emissionen gesunken sind. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Einmal, dass konjunkturell, wir sehen, dass es da Einbußen gab, konjunkturbedingte Produktionsrückgänge und damit einhergehender auch geringerer Stromverbrauch. Also das ist jetzt kein struktureller Klimaschutz, aber ein Effekt, der stattgefunden hat. Also kein Grund zum Feiern, muss man sagen. Wir feiern sowieso nicht, weil wir kommen ja gleich noch hoffentlich dazu, noch kurz zu besprechen, was mit dem Klimaschutzgesetz passiert ist. Aber nochmal bei diesem Punkt jetzt bei Atomausstieg, die Emissionsbilanz ist so, was wir eben schon besprochen haben, dass wir ja weniger Kohlekraftwerke im Einsatz haben. Und das ist tatsächlich klimaschutzbedingt in dem Sinne, dass die CO2-Preise sehr hoch sind in Europa und sich Kohlekraftwerke weniger lohnen und fossile Energien insgesamt teurer geworden ist. Und wir deswegen ja auch mehr Stromhandel betrieben haben, mehr importiert haben an erneuerbaren Energien und, was wir eben schon gesagt haben, auch ein bisschen Atomenergie aus Frankreich. Aber aus dem Grund sind auch die Emissionen bei uns zurückgegangen. Das heißt, weniger Kohlestrom, das eine, witterungsbedingt auch, dass wir ja weniger Gas auch eingesetzt haben und eben konjunkturell. Das sind so die Dinge, die passiert sind und deswegen wir weniger Emissionen haben. Das ist mal die gute Nachricht. Beim Strompreis, das hatten Sie ja auch angesprochen, da ist es so, dass auch die hohen Preisausschläge, die da ja gefürchtet wurden, nicht stattgefunden haben. Das haben wir auch genauso im Vorhinein prognostiziert, aber es gab auch andere, die da ähnliche Modellsimulationen hatten. Also da ist das nicht aufgetreten, dass es zu Strompreiserhöhungen kam, sondern die Strompreise sind gesunken. Aber in erster Linie aufgrund der Tatsache, dass die Stromnachfrage ja gesunken ist und eben auch die Gaspreise und der Strompreis an der Börse wird insbesondere ermittelt durch das sogenannte teuerste Grenzkraftwerk. Das ist dann immer das Gaskraftwerk. Und da sind die Gaspreise ja hoch gewesen. Die sind jetzt gesunken. Das heißt, hier sind auch die Strompreise gesunken, zumindest von einem sehr hohen Niveau, wo wir ja auch hergekommen sind. Und es wurde ja im Vorhinein, gab es manche Studien, die da angenommen haben, dass der Strompreis dann steigt, auch deutlich steigt. Das ist so nicht eingetreten. Es gab eine Studie, ich glaube von Prognos AG, die hatte damals so 0,3 Cent pro Kilowattstunde ermittelt, wenn jetzt Atomkraftwerke abgeschaltet werden, dass dann der Preis etwas steigen könnte. Aber auch das ist nicht eingetreten. Das heißt, es ist das passiert, was wir auch vermutet haben. Das ging so im europäischen Strommarkt unter, im Rauschen des europäischen Strommarktes. Und jetzt sind die Strompreise deutlich gesunken, aufgrund geringerer Energiepreise, aber auch niedriger Stromnachfrage und auch einen erhöhten Anteil erneuerbarer Energien, sind jetzt die Strompreise eben auch deutlich gesunken. Das heißt, diesen preiserhöhenden Effekt, den haben wir nicht gesehen und deswegen ist das auch eine gute Nachricht an der Stelle. Und ja, also ich denke, da können wir auch ganz gut mit leben. Viele werden jetzt natürlich sagen, okay, das ist ja schön, dass die Strompreise innerhalb eines Jahres gesunken sind. Sie liegen aber immer noch deutlich über den Strompreisen von 2018 bis 2020, also vor dem russischen Angriffskrieg. Außerdem sind die Strompreise in Deutschland immer noch höher als in anderen Ländern wie den USA und China. Sollte man sich nicht mit dem Jubel da doch ein bisschen zurückhalten? Ja, jubeln brauchen wir nicht, das ist schon richtig. Aber grundsätzlich ist es ja immer gut, dass die Strompreise sinken. Wir sprechen ja auch über Inflation und wir wollen ja auch Strom nutzen für Wärmepumpen, Elektromobilität und so weiter. Das heißt, der gesunkene Strompreis ist da erstmal etwas Gutes an der Stelle. Aber man darf auch nicht vergessen, wir dürfen auch, wir wollen Strom nicht verschwenden. Der Strompreis braucht auch eine gewisse Höhe, damit wir die Einspareffekte, die wir sehen, auch weiterhin haben. Jetzt im Vergleich zu USA, wenn wir da sehen, die USA profitieren von einem niedrigen Gaspreis. China subventioniert die Strompreise. Das kann man schwer vergleichen. Aber wichtig zu sehen ist aktuell, dass es einen Standortvorteil gibt mit einem Ausbau der erneuerbaren Energien, wenn die Strompreise da ja auch sinken. Erneuerbare Energien senken den Strompreis an der Börse, das muss man deutlich sagen. Und wir sehen, dass es Ansiedlungen gibt, beispielsweise die Batteriefabrik, die sich ja kürzlich da in Schleswig-Holstein angesiedelt hat, mit dem Hinweis, wir wollen von niedrigen erneuerbaren Energien Strompreisen profitieren. Schiphersteller genauso. Also es ist ein Wettbewerbsvorteil, dass wir erneuerbare Energien ausbauen. Und jetzt bei dem Strompreis allein, ich weiß, da gibt es immer die Diskussion darüber, entscheidend sind aber nicht die Preise, sondern die Kosten. Und die Kosten entstehen durch den Verbrauch. Und je niedriger der Verbrauch, desto geringer auch die Stromkosten. Wir wissen auch bei der Beobachtung der deutschen Volkswirtschaft, dass ja nur wenige Unternehmen wirklich betroffen sind von hohen Industriestrompreisen. Die meisten eben nicht über 60 Prozent, da liegt der Anteil der Stromkosten bei den Unternehmen bei unter zwei Prozent der Brutto-Wertschöpfung. Das heißt, die sind da gar nicht so stark betroffen. Auch insgesamt ist es so, dass die deutsche Volkswirtschaft recht stromeffizient ist. Das heißt, wir sparen auch viel. Und das ist die entscheidende Größe, worum es auch gehen muss in der Diskussion. Jetzt gibt es natürlich Stimmen, die den Atomausstieg trotzdem wesentlich kritischer oder zumindest differenzierter sehen. Die Wirtschaftsweise, Veronika Grimm sagt zum Beispiel in der Wirtschaftswoche, dass die Strompreise auf jeden Fall niedriger wären, wenn die drei Atomkraftwerke noch laufen würden. Und sie sagt auch ganz klar, dass die Strompreise auch in Zukunft nicht sinken werden, weil wenn man auf erneuerbare Energien setzt, braucht man Batteriespeicher und wasserstofffähige Gaskraftwerke. Das alles kostet viel Geld und das merken am Ende auch die Stromkunden. Also verspricht man den Menschen nicht zu viel, wenn man sagt, die Erneuerbaren senken die Stromkosten? Naja, die Frage ist, was man da verspricht. Und die Studie, die wir jetzt gerade besprochen haben, die ist auch schon differenziert. Und auch die Ergebnisse, die sind absolut seriös. Das deckt sich auch mit vielen, vielen Studien, die wir da haben. Und Veronika Grimm mit ihren Kollegen, die hat jetzt in der Tat ein Papier herausgebracht, wo sie sich angeschaut hat, wie sich eben die Kosten von Wind und Sonne entwickeln, insbesondere die sogenannten Stromgestehungskosten von Wind- und Solarparks. Und die sind ja deutlich zurückgegangen in den letzten Jahren, weil ja auch zum Beispiel Windräder größer werden, leistungsfähiger. Und CO2-Preise den Strom ja auch aus konventionellen Energienformen wie Gas und Kohle verteuern. Und deswegen sind ja auch die Strompreise gesunken. Also erneuerbare Energien grundsätzlich senken den Strompreis an der Börse. Und in diesem aktuellen Papier sagt sie eben, das würde ein falsches Bild geben, weil man da noch andere Komponenten mit hineinrechnen muss. Also einmal die Investitionskosten von erneuerbaren Energien, plus eben auch, sie rechnet da noch bei Batteriekosten hinzu, die sie dann auch mit drauf rechnet und dann die Stromgestehungskosten vergleicht. Aber selbst da, muss ich sagen, ist auch in der Einordnung das, was die Medien da ja beziffert haben. Strom wird dann trotzdem teurer. Das wird in dem Papier auch so ein bisschen suggeriert. Aber riesige Preissteigerungen sehen wir dort auch nicht. Es wird sehr künstlich unterstellt, dass eben Wasserstoff und Netzausbau und Batterien sehr hoch sind in den Kosten. Und selbst da sind die Preissteigerungen auch moderat, würde ich mal sagen. Aber was sie sagen will, ist eben, dass man nicht nur Preise sich anschaut und dann hofft, mit erneuerbaren Energien wird alles billiger. Das sagt ja auch niemand und das ist auch in vielen, vielen Studien nicht so gesagt. Also es gibt da sehr viel umfassendere Literatur mit Modellrechnungen für ganz Europa, wie wir das machen oder auch andere, die deutlich zeigen, dass ein Stromsystem, was auf erneuerbare Energien basiert, insgesamt sehr viel preiswerter ist als ein konventionelles. Warum? Zwei Gründe. Das eine ist, es wird mehr Energie gespart, weil mehr Primärenergie eingespart wird. Konventionelle Energien verschwenden viel Energie. Beispielsweise ein Kraftwerk, wo dann 40 Prozent der Energie als Abwärme verloren geht oder bei Verbrennungsmotoren ähnlich und so weiter. Und diese verschwendete Energie, die hat ein Stromsystem aus erneuerbarer Energie. Nicht, wenn man den Strom sofort nutzt, beispielsweise in der Wärmepumpe oder im Elektrofahrzeug, in der Elektromobilität. Und deswegen kann es durchaus preiswerter sein. Wenn man jetzt die Wasserstoffträume träumt, dann wird es auch teurer. Aber die Modellrechnungen zeigen sehr deutlich, wenn wir im europäischen Stromverbund sind, wo auch Wasserkraft eine Rolle spielt, im Übrigen auch Bioenergie, wo Flexibilitäten eine Rolle spielen, Sektoren, Kopplung, gerade in der Kombination, und diese Flexibilitäten durchgerechnet werden, dann sieht man deutlich, dass die Stromkosten, auch die Stromgestehungskosten, deutlich niedriger sein können. Das heißt, die Systemkosten sinken insgesamt. Und diese sehr vereinfachte Übersicht, die hier gemacht wurde, dass man eben nur Stromgestehungskosten anguckt, von Solar-, Wind- oder Batterien, das ist sehr unterkomplex, würde ich mal sagen. Und es gibt sehr viel umfassendere Studien, die da sehr viel detaillierter reingehen und das auch deutlich zeigen, dass es preiswerter werden kann. Aber dieser Wunsch, den wir jetzt haben, jetzt wird irgendwie alles automatisch billiger, das ist ja sowieso etwas, wo man hinterfragen muss, ob das jetzt die richtige These ist. Klar, wir wollen nicht so hohe Kosten haben und wir wollen auch nicht riesenhohe Strompreise bezahlen. Aber es ist schon so, dass erneuerbare Energien die Strompreise tendenziell senken. Aber es gibt auch preissteigernde Effekte, wie die Netzentgelte, die wir schon letztes Mal besprochen haben, aber auch jetzt indirekt mit den dezentralen Netzen bei Speicher und Wasserstoff. Das kommt an Kosten sicherlich hinzu. Aber insgesamt haben wir mit einer Energiewende ein deutlich effizienteres Energiesystem und auch der Standortfaktor, den ich eben schon sagte, mit der Wettbewerbsfähigkeit, dass eben Unternehmen sich auch ansiedeln, wenn sie dort sehr viel Windenergie, Solarenergie haben und davon profitieren können, weil sie eben dann weniger Abgaben auch bezahlen, beispielsweise als jetzt Haushaltskunden, wo ja die Hälfte des Strompreises durch Abgaben und Umlagen bestimmt wird, dass man eben Netzentgelte zahlt. Stromsteuer bezahlt und die Margen dann für die Konzerne nicht so hoch sein können. Und das ist etwas, was man insgesamt immer gucken muss. Wie setzt sich der Strompreis zusammen? Wo gibt es preissenkende Faktoren, preissteigernde? Und insgesamt muss es auch darum gehen, dass der Strompreis fair ist, dass er die Marktgeschehnisse ausreichend widerspiegelt, dass er aber auch Anreize gibt, um Energie zu sparen, Strom zu sparen, nicht zu verschwenden und ins Energiesystem integriert wird. Stichwort Wärmepuppentarife oder Elektrofahrzeugtarife. Solche Dinge wird man in der Zukunft sehen. Da hätte ich mir mehr Differenzierung gewünscht in dem Papier. Das ist aus meiner Sicht jetzt nicht das, was wir diskutieren sollten an der Stelle, wenn es darum geht, Energiekosten der Energiewende zu debattieren. Ein Problem mit der Atomkraft ist ja auch, dass die Kernkraftwerke nicht so flexibel herunter- und hochgefahren werden können, wie zum Beispiel Gaskraftwerke. Deshalb sind die AKWs für die Energiewende ja auch nicht so wirklich geeignet. Und das vielleicht noch der Vollständigkeit halber. Also wenn ich Ihre Aussagen in wenigen Worten zusammenfassen würde, was wir jetzt so besprochen haben, würde ich sagen, der deutsche Atomausstieg ist ein Erfolg. Habe ich das so korrekt zusammengefasst? Ja, also ein bisschen mehr haben wir schon gesagt. Aber ich würde schon sagen, es war richtig. Es hat die Probleme nicht hervorgebracht, die ja viele da im Vorfeld genannt haben, das angebliche Blackout. Erinnern Sie sich, wir haben doch darüber debattiert hier, Blackouts stattfinden. Ja, ich weiß. Genau, und die Lichter sind nicht ausgegangen, die Strompreise sind nicht explodiert. Und die ganzen negativen Wirkungen, dass wir steigende Emissionen haben, das ist ja auch so nicht eingetreten. Ich finde, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sehen doch, dass die Atomkraft uns noch Jahrzehnte begleiten wird, weil jetzt erst der Rückbau beginnt. Das dauert Jahrzehnte und kostet Milliarden. Also wir sind aus der Atomenergie noch lange nicht draußen. Es ist eben so, dass Atomenergie wahnsinnig teuer ist, sehr risikoreich, sehr behäbig zu blockieren, auch für die Energiewende, was Sie eben zu Recht sagten. Und wir eben nicht die Flexibilität bekommen, die wir eigentlich brauchen. Und wirklich Jahrzehnte ja gefangen sind in dieser Technik, die uns jetzt noch so, so lange begleiten wird. Ganz zu schweigen von dem Atommüll. Wir haben immer noch kein Endlager, das soll 2060 irgendwann kommen. Also das kann keine Technik sein der Zukunft. Das ist eine Technik der Vergangenheit. Also das wäre so meine Quintessenz, nach vorne zu schauen, das Atomenergie-Kapitel endlich abzuschließen, den Untoten auch wirklich untot sein zu lassen, nicht immer wieder zu beleben. Und wir wirklich nach vorne gucken, die Energiewende endlich umsetzen. Und ich hoffe, dass wir wirklich zum letzten Mal über Atomenergie debattiert haben. Ich fürchte aber, das wird nicht der Fall sein für die Politik. Manche Politik teile das immer wieder debattieren will. Ich kann Ihnen das nicht versprechen, dass wir da nicht nochmal drüber sprechen. Zum Thema Strom und Strompreise bekommen wir auch regelmäßig Fragen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie wissen, Sie haben die Möglichkeit, der renommierten Klimaökonomin Claudia Kempfert Ihre Fragen zu stellen. Wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns am besten eine E-Mail. Die Adresse lautet klimapodcast.mdaktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox. Hier die Nummer 0800 40 40 008. Und diesmal hat sich bei uns ein Student gemeldet, der sich mit den Strompreisen und Offshore-Windparks beschäftigt hat. Und hier kommt seine Frage. Hallo Frau Kempfert, hier ist Marik Schwenger. Ich studiere Umweltschutztechnik an der Uni Stuttgart und habe folgende Frage an Sie. Die Bundesnetzagentur versteigert Flächen für Offshore-Windparks in der Nord- und in der Ostsee. Für den Staat ist das gut, weil er dadurch Milliarden von Euro einnimmt. Aber was ist mit den Stromkunden? Sorgen die Versteigerungen nicht dafür, dass die Strompreise hoch bleiben oder sogar noch ansteigen? Schließlich müssen die Konzerne das Geld ja irgendwie wieder reinbekommen. Wie soll das gehen, außer durch höhere Strompreise? Und was kann die Regierung tun, damit das nicht passiert? Ich freue mich auf Ihre Antwort. Frau Kempfert, wenn ich das richtig gesehen habe, hat die Bundesnetzagentur im letzten Jahr bei so einer Versteigerung über 12 Milliarden Euro bekommen. So viel haben Energiekonzerne für Flächen in der Nord- und in der Ostsee gezahlt, damit sie dort Windparks bauen können. Irrsinnig viel Geld, das am Ende sicher wir Stromkunden zahlen müssen. Oder gibt es da Regelungen, die das verhindern? Ja, also erstmal herzlichen Dank an Marik Schwenger für die Frage. Ich glaube, das haben so viele gar nicht auf dem Schirm, dass wir ja Offshore-Windenergie auch ausbauen und da Flächen versteigern. Und im letzten Jahr war es eben so, dass BP und Total 13 Milliarden Euro gezahlt haben, um Windparks in der deutschen Nord- und Ostsee bauen zu dürfen. Und das ist tatsächlich auch aus meiner Sicht, und da teile ich die Befürchtung von Marik Schwenger, eher zu überhöhten Preisen führen wird und einer Oligopolisierung. Das ist tatsächlich so, wie ich es auch sehe. Das ist schon etwas, was ich auch sehr misstrauisch beuge, muss ich sagen. Diese Art der Auktionierung, die man dort getätigt hat, diese sieben Gigawatt in diesem dynamischen Geburtsverfahren. Das war vorher ja anders, wo dann Unternehmen sich gegenseitig überbieten konnten. Und dann haben sie ein sogenanntes Eintrittsgeld bezahlt. Und das sind eben zwölf Milliarden. Es ist erst mal gut, nimmt der Staat Geld ein, könnte das auch ausgeben, oder soll es auch ausgeben, denke ich, in Netzanschluss Naturschutz. Dafür ist das Geld vorgesehen. Und die Frage ist eben, was passiert? Und führt das dann zu höheren Strompreisen? Das ist nicht geregelt. Herr Schöne, Sie fragten ja danach. Es ist nicht geregelt. Also die Regierung kann nichts tun sozusagen, oder sie hat nichts beschlossen? Genau, sie hat nichts beschlossen. Sie hat im Gegenteil ja eben dieses Geburtsverfahren geändert, was ich auch kritisiere, wo man wieder zurück sollte. Es schränkt die Akteursvielfalt stark ein. Da haben sich ja die Branchenvertreter auch schon kritisch geäußert. Ja, und ich sehe das auch genauso kritisch, weil eben da auch die Angebotsvielfalt eingeschränkt wird, auch eine teilweise Oligopolisierung stattfindet, durch das Verfahren, was man da eben geändert hat. Und die Gefahr ist eben, dass diese dynamischen Verfahren, die jetzt nicht gedeckelt sind, da hätten ja noch sehr viel höhere Gebote, wäre noch erlaubt gewesen. Und das wird ja jetzt im Sommer wieder so sein. Und ob die Stromverbraucher gerade das zahlen, das wird sich zeigen. Das weiß man jetzt noch nicht. Aber es ist damit zu rechnen, dass die Strompreise gerade bei einer Oligopolisierung sich erhöhen, weil die Betreiber sich das wiederholen. Allerdings muss man auch sagen, die Einnahmen aus eben dieser Auktionierung sollen und werden bezahlt, um die Netzentgelte zu reduzieren. Und das ist schon mal wichtig an der Stelle. Das heißt, da wird es nicht überhöhte Netzentgelte geben. Aber die Zahlungen dieser erfolgreichen Bieter, die werden sicherlich an die Kunden weitergegeben. Schätzungen, die gehen davon aus, dass sich der Industriestrompreis um bis zu zwei Cent pro Kilowattstunde erhöhen dürfte. Das sind auch volkswirtschaftliche Mehrkosten in Milliardenhöhe. Das war ja die Frage von Mavic Schwenger. Und die nächste Frage, die ich mir immer stelle oder die überhaupt gestellt wurde, ist, werden diese Projekte überhaupt realisiert werden können? Also es gibt keine Verpflichtung, dass sie das tun. Es gibt eine Strafzahlung, die gezahlt werden muss, dass dann, wenn nicht gezahlt wird, dann eben eine Strafe fällig ist. Aber das ist auch schon alles. Also diese daraus abzeichnende Marktkonzentration auf wenige Unternehmen, das sehe ich auch sehr kritisch. Also gerade, weil es jetzt auch noch eigenkapitalstarke Giganten aus dem Öl- und Gassektor sind. Das benachteiligt ja die Akteursvielfalt. Es gibt ja viele kleinere Anbieter, die da auch gerne dabei wären. Die können das gar nicht leisten. Und aus dem Grund, und das fordern wir auch schon sehr lange, braucht man da eher noch qualitative Kriterien, die man im Rahmen dieser Ausschreibung mit berücksichtigt, dass man beispielsweise heimische Zulieferer auch ermöglicht, dass sie da bieten können und da auch einen Zuschlag geben. Dieses Eintrittsgeld könnte man auch regeln, dass man die entsprechenden Verfahren ändert, dass dieses Eintrittsgeld so nicht gezahlt werden darf, zumindest auch nicht in der Größenordnung, dass man mehr Transparenz hat und dass man auch mehr Akteursvielfalt hat und das Geld einbehält, wenn nicht gebaut wird. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Da haben wir zwölf Milliarden, wenn die nicht bauen und dann ausgeben für die Energiewende, für dann die Stärkung oder Senkung der Strompreise. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Und das Problem mit dem Haushalt ist erledigt. Genau. Ja, zwölf Milliarden, die haben ja größere Mengen, die sie brauchen, aber immerhin zwölf Milliarden werden dazugekommen. Ja, richtig. Also eine sehr gute Frage und wir werden das Thema natürlich weiter beobachten und bleiben dran. Dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt und bevor wir zum nächsten Thema kommen, habe ich noch kurz eine Empfehlung für eine Dokumentation im Fernsehen. Bittere Früchte, Ausbeutung in der Landwirtschaft. Dort wird genau geschaut, welches Obst und Gemüse bei uns im Supermarkt liegt und wie es hergestellt wird. Oft unter wirklich schlimmen Bedingungen. Die Reporterinnen und Reporter haben Erntehelfer in Spanien, Italien und Portugal begleitet. Und ja, da sieht man, wie die zum Teil leben müssen. In Hütten, die nur aus Plastikplanen bestehen, wo es reinregnet, ohne Absicherung und Krankenversicherung. Lässt einen wirklich nicht kalt. Der Film zeigt aber auch, wie es anders gehen kann. Dabei wird auch ein Positivbeispiel aus Süditalien gezeigt. Ein Film, der einen zum Nachdenken anregt, gerade wenn man im Supermarkt mal wieder die ganzen vermeintlichen Schnäppchen sieht. Ein Film, der aber auch Hoffnungen gibt und Lösungen präsentiert. Jeder, der will, kann den Film in der ARD-Mediathek abrufen. Den Link packen wir in die Shownotes, genau wie die Studie über den Atomausstieg, über die wir vorhin gesprochen haben. Aber das klingt sehr spannend, dieser Film. Ich finde, das klingt wirklich sehr spannend. Also das schaue ich mir sehr gerne an. Also bei dem Podcast war ich ja immer so, dass ich da schon irgendwie das meiste gehört habe. Aber bei dem Film habe ich noch nicht gesehen. Also insofern. Den kann sie noch nicht. Notiere ich mir jetzt. Frau Kemfert wird reinschauen. Und wie gesagt, jeder, wer will, den Link finden Sie in den Shownotes. Kommen wir zum letzten Thema, dem neuen Klimaschutzgesetz oder besser dem reformierten Klimaschutzgesetz. Meine Erfahrung ist, wenn es was zu tun gibt, auf Arbeit, im Verein oder in der Familie, ist es immer besser, wenn einer dafür verantwortlich ist und nicht mehrere. Immer dann, wenn mehrere die Verantwortung haben, geht es schief und die Aufgaben bleiben liegen, weil jeder denkt, naja, der andere wird das schon erledigen. Jeder verlässt sich auf den anderen. Aber genau das planen die Ampelparteien jetzt beim Klimaschutzgesetz. Das kann man schon so sagen, oder Frau Kemfert? Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was da nächste Woche im Bundestag beschlossen werden soll. Ja, genau. Also ich würde es genauso auch sagen, wie Sie es gesagt haben. Also die Ampel schwächt eben die sektorale Verantwortung im Klimaschutzgesetz. Wir sprachen auch in dem Podcast schon mal drüber, dass es ja diese Sektorenziele gibt. Die werden jetzt aufgehoben, sondern alle sind gemeinschaftlich für die Klimaziele 2030 und 2040 verantwortlich und sollen die einhalten. Dann soll irgendwie zu Beginn der Legislaturperiode so langfristige Klimaschutzprogramme für 2030, 2040 vorgelegt werden und dann in den ersten zwölf Monaten so in jeder neuen Legislaturperiode soll dann irgendwie das umgesetzt werden und spätestens 2026 soll ein Maßnahmenprogramm für das Erreichen der Ziele 2030 und 2040 vorgelegt werden. Das ist eine 180-Grad-Wende im Vergleich zu der bisherigen Regelung. Das Klimaschutzgesetz hatte ja bisher so sektorspezifische Klimaziele und die werden jetzt eben aufgelöst. Auch diese sogenannten Sofortprogramme mit zusätzlichen Klimaschutzmaßnahmen, die beschlossen hätten werden sollen, die finden so nicht mehr statt. Also gerade der Verkehrssektor, der seine Klimaziele ja verfehlt, Gebäudesektor auch ein bisschen, aber Verkehrssektor noch mehr, der ist jetzt aus der Verantwortung entlassen. Es gibt eine Abschwächung der sektoralen Verantwortung. Es sollen eben andere beim Klimaschutz aushelfen, in ihrem Beispiel zu bleiben. Wer sollte das dann machen? Also die Energiewirtschaft leistet ja im Moment sehr viel. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, weniger Kohle, weniger Gas im Einsatz und konjunkturell, da passiert jetzt ein bisschen was in Richtung Rückgang der Emissionen. Aber der Verkehrssektor eben nicht. Also da sieht man, das ist fast gleich geblieben beziehungsweise sogar tendenziell leicht gestiegen. Und da ist es so, dass der Verkehrssektor die Klimaziele in drei aufeinander folgenden Jahren verfehlt hat und hätte jetzt reagieren müssen. Deswegen gab es ja diesen Alarm da mit den Farmverboten, die Herr Wissing da auf einmal auf den Tisch gebracht hat. Großes Thema. Ja, reine Panikmache. Und es ist ja auch seltsam, finde ich jetzt auch vom Vorgang her, dass der Verkehrsminister am Wochenende Panikmache macht und dann auf einmal haben sie sich geeinigt. Ist, glaube ich, alles Politiktheater, was wir so ein bisschen hier sehen an der Stelle, weil man sich ja lange jetzt drum gestritten hat, wie man jetzt diese Klimaschutzgesetznovelle gerade ändert oder diese auch umsetzt, diese Lastenteilungsverordnung oder Lastenverteilungsverordnung einhält. Und das ist jetzt eben so, dass dann alle gemeinschaftlich verantwortlich sein sollen. Ich sehe das extrem kritisch, muss ich an der Stelle sagen. Es wird jetzt diese Kontrolle abgeschafft und das setzt aus meiner Sicht wirklich viel Anreize und belohnt, die Zauderer und die lange jetzt gezögert haben. Und das kann am Ende tatsächlich auch teurer werden. Also die... Genau, das ist nämlich jetzt wirklich ein Punkt, über den wir nämlich noch sprechen müssen. Sie haben das ja eben schon gesagt. Es gibt einen Minister, der von der Reform richtig profitiert. Und das ist eben Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Sein Ministerium ist dafür bekannt, dass die Klimaschutzziele nicht eingehalten werden. Er hat jetzt eben Glück und kann im Prinzip so weitermachen, solange die anderen Ministerien für ihn das CO2 mit einsparen. Die Fahrverbote, mit denen er eben gedroht hat, sind damit vom Tisch. Jetzt könnte man denken, okay, Wissing kann sich zurücklehnen. Dank der Reform, der Druck ist raus. Das sieht allerdings der Expertenrat für Klimafragen anders. Hören wir mal rein in eine Pressekonferenz mit der stellvertretenden Vorsitzenden Brigitte Knopf. Da muss man allerdings beachten, dass wir ja sozusagen nicht nur die nationalen Ziele haben, sondern auch noch Ziele auf der europäischen Ebene, in der europäischen Lastenteilung. Das sind vor allem die Sektoren Gebäude und Verkehr und Landwirtschaft. Da ist es sozusagen beschränkt. Da kann nicht die Energiewirtschaft vollständig das vom Verkehrssektor übernehmen. Und deswegen ist es wichtig, diese europäischen Lastenteilungsziele noch mal zu betrachten. Im neuen Projektionsbericht sieht man, dass ab 2024 diese Ziele dann nicht mehr eingehalten werden, sozusagen dann überschritten werden und nach 2030 raus eine große Lücke entsteht, wodurch zum Beispiel Strafzahlungen auf Deutschland zukommen könnten. Wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Kempfert, ist der Druck für Wissing jetzt auf nationaler Ebene zwar raus, aber es gibt noch die EU-Ebene. Und wenn Wissing kein CO2 einspart, drohen Deutschland Strafzahlungen. Frau Kempfert, ab wann drohen Strafzahlungen und wie hoch könnten die sein? Ja, also das, was Brigitte Knopf da erläutert hat, ist ja völlig richtig. Also erst mal ist es ja so, kurzfristig haben wir etwas Emissionen eingespart. Das hat ja der Expertenrat da auch alles aufgelistet, wo überall, aber in erster Linie durch Energiewirtschaft, weniger Stromverbrauch, konjunkturell, witterungsbedingt und das weniger durch Klimaschutzmaßnahmen, also eher gering, das hatten wir eben schon gesagt, weil nur die Kohlekraftwerke durch höhere CO2-Preise eher aus dem Markt gedrängt werden. Aber jetzt ist es eben so, dass es eine EU-Lastenteilungsverordnung gibt. Und ich denke, dass auch die jetzige Anpassung oder Novellierung des Klimaschutzgesetzes nicht kompatibel ist mit den europäischen Zielen, wo man eben Sektorziele hat. Und deswegen halte ich diese Auflösung der Sektorziele für hochfalsch und auch hochproblematisch und setzt die falschen Anreize, macht das Ganze am Ende teurer, erlerte ich gleich noch, aber belohnt eben auch Zauderer und Zögerer. Und das ist etwas, was hochproblematisch ist. Und die EU hat eben immer noch Sektorziele für die einzelnen Sektoren, insbesondere Gebäude, Verkehr, aber auch Landwirtschaft und kleinere Industrieanlagen, Abfallwirtschaft. Und der Gebäudesektor macht ja etwas Probleme. Da wird angenommen, dass man da so eine Emissionslücke von 18 Prozent bis 2030 haben wird können. Aber insgesamt eine Zielüberschreitung sich anbahnt von etwa oder bis zu 30 Prozent. bis zu 160 Millionen Tonnen bis zum Jahr 2030. Und da gibt es dann ein großes Defizit. Und dann muss man in dem Fall, wenn Deutschland jetzt ab 2026 ein Defizit aufbaut, was ja auch Frau Knopf eben erläutert hat, dass es dann Emissionsmengen von anderen Mitgliedstaaten wird kaufen müssen, damit das Emissionskonto spätestens 2033 ausgeglichen ist. Das ist die Regelung dahinter. Das heißt, Deutschland wird Emissionsrechte kaufen müssen bis zum Ende der Periode 2020. Es musste ja auch schon mal Tonnen nachkaufen. Da gab es ja schon mal in der letzten Periode, bis zur Periode 2020, die Verordnung, wo dann 11 Millionen Tonnen gekauft werden mussten. Und das waren auch Milliardenkosten. Milliardenkosten und jetzt diese hohe Menge an Defiziten, wenn sich das weiter aufbaut und die Sektoren, insbesondere auch der Verkehrssektor, nicht liefert und die Emissionen nicht senkt, können hohe Strafzahlungen drohen. Schätzungen gehen davon aus, dass es im zweistelligen Milliardenbereich sein kann, bis zu 30 Milliarden Euro. Gibt es Schätzungen? Das ist allerdings unsicher, muss man an der Stelle sagen, weil man nicht weiß, wie hoch die Nachfrage nach eben diesen Zertifikaten in Europa sein wird, welche Länder alle Ziele verfehlen und wer überhaupt noch was anbieten kann auf dem Markt. Also Osteuropa wird immer gesagt, können was anbieten, aber wenn die selber ihre Ziele auch verfehlen, dann wird es am Ende so sein, dass nur wenige Länder überhaupt Zertifikate anbieten können und dann wird der Preis sehr, sehr hoch sein. Das heißt, es kann sehr, sehr teurer sein. Das kann ein teures Erwachen geben am Ende des Tages. Und deswegen halte ich auch aus diesem Grund diese Novellierung des Klimaschutzgesetzes für hochproblematisch, grundfalsch und am Ende macht es die Energiewende noch teurer. Und das hätten wir vermeiden sollen, indem wir diese Sektorziele hätten aufrechterhalten. Die Ampelparteien haben sich auch auf das neue Solarpaket geeinigt und das löst sich ja erstmal ganz ordentlich. Wer ein Balkonkraftwerk anbringen will, muss das nicht mehr beim Netzbetreiber anmelden. Die Zähler müssen auch nicht umgerüstet werden. Dann gibt es Vereinfachungen beim Mieterstrom, über den wir in der Folge am 6. März sehr ausführlich gesprochen haben. Es gibt Förderungen und Vereinfachungen, wenn man Solaranlagen auf Supermärkten, Fabrikhallen und Ackerflächen anbringen will. Aber Frau Kempfert, der sogenannte Resilienzbonus kommt nicht. Auch hier verweise ich nochmal auf die Folge vom 6. März, in der wir den Resilienzbonus sehr ausführlich erklärt haben. Frau Kempfert, was bedeutet das Solarpaket für die deutsche Solarindustrie? Naja, also grundsätzlich bin ich ja froh, dass es zumindest das gibt. Aber grundsätzlich, dass wir so einen Kuhhandel brauchen, um das richtige Solarpaket auf den Weg zu bringen und da das Klimaschutzgesetz abschwächen, ist natürlich hochproblematisch und auch falsch. Aber immerhin, jetzt gibt es dieses Gesetz für den Ausbau der Solarenergie. Wir sprachen hier 6. März genau umfassend drüber, dass wir eben diese Bürokratisierung vereinfacht sehen werden, dass wir auch die Förderung auf PV-Anlagen auf den Gewerbegebäuden wie Supermärkte, Fabrikhallen, dass da die Förderung erhöht wird. Es gibt erhöhte Förderung auch für Agri-PV. Balkon-Solaranlagen haben Sie schon eben gesagt, da gibt es eine vereinfachte Nutzung. Die Anmeldung wird erleichtert. Wenn das ganze Anmeldeverfahren wird vereinfacht, dann gibt es eben insgesamt sehr viele gute Regelungen, auch diese Beschleunigungsgebiete und so weiter. Und das ist alles wunderbar. Ich halte es nach wie vor für falsch, dass wir den Resilienzbonus nicht haben. Das hatte ich auch schon erläutert. Ich hätte es besser gefunden, man hätte ihn, das hätte die Branche noch mehr gestärkt. Aber grundsätzlich geht das jetzt mal in die richtige Richtung. Das wird der Branche auch helfen. Allerdings werden wir weiterhin eben sehr viele Anlagen aus China importieren und die deutschen Solarhersteller straucheln. Mayerburger ist ja jetzt gegangen. Es kommen wieder andere dazu, die dann auch solarthermische Anlagen herstellen. Da gibt es wieder ein bisschen Bewegung im Markt. Aber das reicht natürlich nicht. Also ich denke, da wird man noch nachsteuern müssen. Das hat man jetzt mit diesem Gesetzesvorhaben nicht gemacht. Aber gestern, glaube ich, war das sogar, dass die EU-Energieminister eine Charta für Solarindustrie unterzeichnet haben, wo es darum geht, Resilienz, Nachhaltigkeit, Innovations, Cyberrisiken, Sicherheitskriterien berücksichtigt werden sollen. Bei diesen Ausschreibungen, das geht schon mal in die richtige Richtung, dass man zumindest in der Zukunft, wenn man Solaranlagen ausschreibt, dann Kriterien auch für Resilienz berücksichtigt. Das heißt, da könnten dann auch ohne diesen Resilienzbonus trotzdem auch Anlagenhersteller den Zuschlag bekommen, die jetzt aus Deutschland kommen, dass man nicht nur immer das billigste Gebot, sondern auch andere Kriterien mit berücksichtigt. Diese Charta haben alle Energieminister, EU-Energieminister und auch Branchenvertreter unterzeichnet. Ist nicht bindend, aber immerhin ein gutes Zeichen, finde ich. Dann haben wir auch noch auf europäischer Ebene die Projekte Important Projects of Common Interest, diese IPCEI-Projekte oder IPCEI heißen, die für die Solarindustrie auch da gäbe es Möglichkeiten der Förderung. Das sollte die Bundesregierung ausschöpfen, um die deutsche Solarbranche, auch die europäische Solarbranche weiterhin zu stärken und auch Produktion ins Land zu loggen. Dann schauen wir mal, ob da noch nachgelegt wird. Und ja, damit sind wir am Ende der Folge. Eine Sache noch, der MDR bietet, wenn es um Klimathemen geht, nicht nur diesen Klimapodcast an, sondern es gibt auch Klimainfos zum Lesen. Der MDR schickt jeden Freitag ein Newsletter raus per Mail, das MDR Klima-Update. Außerdem empfehle ich die App von MDR aktuell. Dort bekommen Sie ganz schnell alle relevanten Nachrichten, perfekt aufbereitet für Ihr Smartphone mit den wichtigsten Tönen des Tages, den wichtigsten Videos. Und wer nur lesen möchte, der bekommt die Infos kurz und bündig zusammengefasst. Den Link für den Newsletter und für die App packen wir mit in die Shownotes. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Und bevor ich es vergesse, die nächste Folge von Kempferts Klimapodcast muss leider ausfallen, weil am 1. Mai Feiertag ist. Deshalb hören wir uns erst in einem Monat wieder. und zwar am 15. Mai, glaube ich. Also vielen Dank und auch Ihnen eine gute Zeit, Frau Kempfert. Danke Ihnen, Herr Schödel, und bis in vier Wochen. Ich freue mich. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast. Kempferts Klimapodcast. Kempferts Klimapodcast. Kempferts Klimapodcast. Kempferts Klimapodcast. Kempferts Klimapodcast.